Was passiert, wenn einer der Roboter hier im Hort plötzlich durchdreht? Und ich kann hier schlecht allen Robotern hier ihre Elex-Batterien rausnehmen. Dann wären wir völlig ungeschützt. Also mach keinen Umweg mehr. Und hol mir diese KI-Chips. Wo finde ich die Roboter? Okay. Also, die Roboter findest du am besten... Wie erkläre ich das? Also, wenn du aus dem Hort rauskommst und du Luftlinien geradeaus läufst, dann läufst du links an ihnen vorbei. Aus dem Hort raus, ein klein wenig rechts halten, dann kommst du an eine Felswand. Da kannst du nicht einfach hoch. Also, weiter geradeaus und dann umdrehen. Weiter geradeaus. Aber in die andere Richtung. Ja, und dann müsstest du sie auch schon sehen. Alles klar? Nein. Ich hab kein Wort verstanden. Also nochmal. Du läufst also aus dem Horten aus. Du hältst dich ein bisschen rechts. Nicht zu viel, aber doch genug, um... Gib mir einfach die Himmelsrichtung. Ach so. Ja, gut, okay. Also, du musst nach Westen. Die Roboter patrouillieren auf einer Landebahn aus der alten Welt. Warum nicht gleich so? Du bist also eine Art Mechanikerin. Ich bin nicht nur Mechanikerin. Vorrangig bin ich eine Legatin der Kleriker, klar? Wir Legaten sind unter anderem für die Materialbeschaffung, aber auch für die Reparatur der Maschinen zuständig. Unsere Psy-Kräfte machen uns aber auch zu starken Kämpfen. Also leg dich besser nicht mit uns an. Boah, was für ein Scheiß. Die Lava, das ist doch unglaublich, ey. Wenn du die Rüstung, Waffen und Psy-Kräfte eines Legaten benutzen willst, dann wirst du dich vor den Judikatoren beweisen müssen. Sprich dazu mit Judikator Reinhold oben in der Zitadelle. Er wird dir sagen, wie du zu einem Akolyten der Kleriker werden kannst. Denn nur ein Akolyt darf zu einem Legaten befördert werden. Wirklich. Tatsächlich. Unglaublich. Das hätte ich jetzt nie im Leben erraten. Das hätte ich nie im Leben erraten, dass man erst die Stufen aufsteigen muss. Das ist ja nur überall so. Was möchtest du? Wegen dem Elex-Handel hier im Hort. Moment. Woher weißt du davon? Reinhold schickt mich. Ich soll mir eure Protokolle von der Tatzeit anschauen. Dich schickt er dafür? Hm. Na gut, er wird schon wissen, was er tut. Hier hast du mein Protokoll über die Verdächtigen. Mehr als das weiß ich auch nicht. Yay, neue Stufe. Und zwar war das jetzt... Oh, Geschicklichkeit, ne? Hä? 35 ist das Maximum? Hm. Stärke hätte ich vielleicht nehmen sollen. Oder kann ich die jetzt benutzen? 6-Zone-Intelligenz. Schaden 100. Verbrauchbar. Das ist natürlich doof. Hey du, ich brauche einen Achter-Schraubenschlüssel und einen Satz Sicherungsringe. Und wenn du schon dabei bist, bring mir noch eine waffenfähige Elex-Batterie, ein Drucklufteinlassventil und... was war das Letzte? Bin schon auf dem Weg. Moment, mir fehlt doch noch etwas. Gib mir Zeit zum Nachdenken. Hm, war es etwa... Nein, das kann nicht sein. Am besten, ich fange von vorne an. Achter-Schraubenschlüssel, Sicherungsringe, Drucklufteinlassventil. Hm, ein paar Schrauben fehlen mir natürlich auch noch. Aber... Aber... Was war das letzte Teil? Jedenfalls nicht der Schwingschleifer. Den habe ich ja. Muffen? Mir fehlen noch Muffen. Nur welche Muffen waren die richtigen? Raster-Muffen? Nein. Stem-Muffen? Hm, auch nicht. Welche Muffen hatte ich das letzte Mal verwendet? Waren es Raster-Muffen? Steck-Muffen? Klebe-Muffen? Äh, Press-Muffen? Ach, du Heiland. Gewind-Muffen? Oder etwa doch? Willst du jetzt meine Hilfe oder nicht? Einfach den Mund halten. Schon zu viel verlangt. Wie soll ich mich unter den Umständen konzentrieren? Und weil es ist, wie es ist, bist du die falsche Wahl für diese Art von Arbeit. Schätze, ich muss das Werkzeug selber rankarren. Eines sage ich dir. Man buckelt sich den Rücken krumm. Und wenn man einmal nach Hilfe ruft, gucken alle beschäftigt aus der Wäsche. Damit meine ich auch nicht explizit dich. Also, mach nicht so ein Gesicht und sag mir, warum du hier bist. Oh Gott. Du wirkst überfordert mit deiner Arbeit. Pappelapapp, es gibt wohl kaum jemand Besseren als mich für diese Aufgabe. Aber wenn so viel Verantwortung auf deinen Schultern lastet und du 24 Stunden am Tag Blut und Wasser schwitzt, ist irgendwann mal Schluss. Ich habe den Krieg nicht heraufbeschworen. Aber jetzt, wo es zu spät ist, müssen wir Mechaniker die Suppe auslöffeln. Dann macht er auch eine Pause. Und was dann? Soll ich einem Grünschnabel all das hier aufheisen? So egoistisch bin ich nicht. Es obliegt meiner Verantwortung, die Dinge hier am Laufen zu halten. Immerhin sind wir die einzigen, die wirklich in der Lage sind, die Alps aufzuhalten. Es ist wichtig, dass hier alles reibungslos funktioniert. Und wenn man mir keine Hilfe zubilligt, muss ich das eben alleine erledigen. Von mir erwartet man nackte Zahlen. Am Ende des Monats muss die Produktion stimmen. Kurz gesagt, eigentlich bräuchte ich Hilfe. Jemanden, der hier und da eine Kleinigkeit für mich erledigt. Bezahl mich, dann helfe ich dir bei deiner Arbeit aus. Abgemacht. Wer weiß, vielleicht hätte man mir irgendwann einen Hans Wurst zur Seite gestellt, der nicht einmal gerade auslaufen kann. Du scheinst damit ja keine Probleme zu haben. Ich will da mal ins Detail gehen. Mir fehlen spezielle Ersatzteile. Alles klar. Wegen der chronischen Unterbesetzung fehlt mir die Zeit, meinen Lieferanten eigenhändig aufzusuchen. Nimm du daher diese Summe und erledige das für mich. 100 Splitter. Du vertraust mir einfach so deine Splitter an. Ja. Du hast dann alles, was du brauchst und ich kann mich endlich wieder auf meine Arbeit konzentrieren. Viel Erfolg. Wo soll ich deinen Lieferanten treffen? Der Typ hat einen straffen Zeitplan. Darum vergeudet er auch keine Zeit hier im Hort. Du wirst ihn am ehesten in den späten Abendstunden irgendwo vor unseren Toren treffen. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Okay. extra hat bei uns. Überleben. Auf jeden Fall. Wenn ich einen Blick auf die Produktion der Kampfmaschinen werfe, kann man wohl von Glück sagen, dass ihre Mann starkiger Hänger ist als die unsere. Tja. Routine wird fehlerfrei ausgeführt. Stimmt. Ich muss ja noch meine eigene hier irgendwie nochmal in was heißt, ab besser holen. Kampfroboter. Ich muss aufpassen. Der guckt genau hierher. Das kann ich nicht machen. Dafür kann ich den kleinen Haltrank nehmen, ohne dass jemanden stört. Jetzt guckt der Roboter nicht. rein in das Elex. Warum liegt hier rein in das Elex rum? Naja, was soll's. Ja gut. Jetzt wird's interessant. Mal sehen, was das Schleichen bringt. Für mich so blöd anzugucken, ich will dieses blöde Akolypenschwert haben. Raus hier. Letzte Warnung, das ist gut so. Verdammt. Rüstungsmeister. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Scheiß Rang. Akolypenschwert, das hab ich ja jetzt auch. Lasergewehr, Lasergewehr. Stärke. Hm. Einen Stärkepunkt brauch ich noch. Shit. Den hatten wir doch schon mal gehabt, ne? Rüstungsmeister. Den Schwert. Hm. Was zum... Der guckt in die andere Richtung. Gut, dann... Speichern wir noch einmal. Schwert hab ich ja jetzt. Zu einfach. Oh. Der Roboter hat mich bemerkt. Das ist interessant. Ich seh den blöden Roboter nicht. Okay, er bemerkt mich. Der andere allerdings nicht. Wenn der Roboter nicht da stehen würde... ... ... ... ... Könnte ich den sogar beklauen. Okay. Ach, den hab ich schon beklaut. Aha. Ups. Der hat mich doch beinahe erwischt. Das ist natürlich die Frage, das Schwert, was ich mir jetzt geangelt habe. Tja. Tja. Ist nicht besser, als das, was ich schon habe. Na gut. Oh, ich war ja wegen... Tatsächlich war ich ja wegen der Mission hier. Ups. Oder war das der... Ach, das ist der... Ach, das ist der... Geh an. Ach, das ist der... ...